Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer Folge von... Vice City! Heute mit einer Premiere. Ich habe es gerade zum allerersten Mal geschafft, bereits in der ersten Folge eine Aufnahme, die Stopp-Uhr zu starten. Mann, 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 was eine Errungenschaft. Ja, Leute, ähm... Weiter geht es mit der, ja, Maribu-Club-Missionsreihe, würde ich sagen. Ja, das letzte Mal haben wir ja schon für Cassidy organisiert. Und jetzt geht es weiter. Mit einer Mission, die sehr kacke sein soll, wenn ich das richtig verstanden habe, weil ich habe mich ja grob mal informiert, wie das da so aussieht. Ähm, ja, wir werden selber sehen. Heute auch mit einer etwas erleichterten Aufnahme, ja, denn die Einführungstage vom Studium-Dings habe ich jetzt hinter mir, beziehungsweise... Ja gut, heute Abend ist noch so ein Abendessen, aber das ist ja, ne, das ist ja easy. Da muss ich ja nicht irgendwie Angst haben. Achso, da war der Club-Leon. Oh Mann, ich hatte ja echt nach dem ersten Einführungstag, ne, so wie kann ich schon mal sagen, hatte ich echt Schiss. Weil ich kannte die beiden und da war so, die haben sich erst mal erklärt, wie das alles funktioniert, so mit Modulen und Stundenplan zusammenstellen. Und ich dachte mir, ach du Kacke, das kriege ich doch nie im Leben hin. Dann haben wir heute noch mal so ein persönlicherer Tag, wo das noch mal genau erklärt wurde. Und dann, ah, macht doch alles Sinn. Ich habe zwar immer noch keine hundertprozentige Vergewisserung, dass es alles richtig ist, was ich da mache, aber wird schon werden. Ich muss immer wieder auf diese Kassierer nachden. Das ist... Äh, naja... Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist tatsächlich die, die von dem Cover des Spiels ist, beziehungsweise die... Ja, die eine halt von dem Bild, ne. Ihr wisst schon. Die da so mit dem Rücken halt steht. Die sieht man nämlich an den anderen Punkt des Spiels auch noch, aber das dauert noch ein bisschen. Beziehungsweise, naja, ich könnte es auch jetzt schon machen, aber da kommt er später. So. Der Fahrer, genau. Dinge beginnen, hier zusammenkommen. Was ist der Plan, Tommy? Que passe, amigo? Der Plan ist, dass du das immer so wie ein Moron machst. Auf jeden Fall, wir brauchen einen Fahrer. Tommy, ich werde das machen. Ich kann fahren. Du willst Hillary, Mr. Nicht ein bisschen smart-talk-in-Law-School-Champ. Hillary ist ein realer Deal. You ain't never seen anyone drive so fast, I'll give him a call here. Hey, Hill, it's Phil. How's it going? No, don't talk. We'll reminisce later. You want to do me a favor? I got me a guy from up north. Oh, no, I don't think he was in the service, but he wants a driver for a bit of action. Okay, I understand. What'd he say? Well, he'll do it, no problem. Well, there might be a little problem. See, he has abandonment issues. Seems he won't work for anyone who can't beat him. Something to do with his mama. Anyway, he wants to race you first, so he'd meet you outside. Abandonment issues. Who is this freak? Why can't I meet someone normal for a change? You're Tommy? Oh, of course you're Tommy. I mean, why else would anyone want to speak to me? Okay, consider it this way. I'll drive for you if, and only if, you can drive properly. Leave me alone, and I'll never forgive you. Okay, what the fuck. Okay, ähm. Okay, das Gute ist, wenn ich die Mission verkackt bin, dann kann ich direkt hier wieder starten. Das ist schön. Ich muss jetzt einfach ein klassisches Rennen fahren, oder wie sieht das aus? Ich weiß nicht so genau, aber ist ja auch egal. Ähm. Ja, toll, wenn du dich selbst umbringst, kann ich da auch nichts für. Egal, ich überhole dich mal, ne? Ähm. Ich wollte irgendwas gerade sagen. Ja, wie gesagt, die Mission gilt als ein bisschen kacke. Aber ihr kennt mich ja. Ich hab ja so eine Begabung dafür, die schwierigsten Missionen in Spielen, die so als Legendärs Schwergelden, schaffe ich eigentlich immer recht gut. Und bei den einfachsten Missionen verkacke ich 26 Mal. So ungefähr ist meine Logik. Sehr häufig. Gucken wir mal, wie es hier läuft. Jetzt sieht es ja gerade ganz gut aus, weil er einen Unfall gebaut hat. Das war dumm. Hey, 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 ganz ruhig. Nein! Hey, er ist ein Club. Ist der Pole Position klappen, ne? Den können wir auch beim Erkaufen, weil die Aufgabe, die wir dafür erledigen müssen, ist ganz lustig. Ach du Scheiße, ey. Bei Rennspiele kann ich ja eigentlich ganz gut, ne? Aber... Verhältnismäßig. Sag ich. Okay, ich frag's einfach mal, ne? Beim Spiel muss man nicht aufpassen, wenn man über irgendwelche Rampen fährt, über irgendwelche Erhöhungen, weil dann braucht man doch ganz schnell mal einen Überschlag. Ja, Lull. Ah, mich ärgert, dass ich ja einmal gegen die Laterne gefahren bin. Ich hätte halt schon geschafft, ne? Das ist ganz schön lang, meine Freunde. Hey! Scheiße, da war wieder dieser... Der Spielfehler. Ich muss manchmal einfach so in eine Richtung lenken, ohne aufführen zu können. Okay. Können jetzt bitte genau das Ende hier sein. Ich hab'n Plan, wartet mal. Vielleicht zählt das noch, dass ich gleich das Rennen direkt neu anfangen kann. Oh! Ey! Weil ich den Checkpoint nicht gekriegt hab. Mh, mh. Okay, spielt mich auch. So, mal gucken, ob hier ein... Wo bin ich? Hä? Okay. Okay, jetzt kein Taxi scheinbar. Doch. Haha. Ah, das ist schön, dann kann ich jeweils direkt... I want to rock! Dann geht das wenigstens recht schnell, weil der Rennen direkt da beginnt. Okay, das ist aber machbar. Ich muss halt einmal irgendwie die Überhand gewinnen und dann keine Kacke mehr bauen. We can dance! All days! Naja. Skipping! Skipping! Okay. Komischer Nerder. Wie wir uns angucken. Als ob wir ein Liebespärchen wären. Oh Gott, ich nehm jetzt aber auch wieder alles mit, ne? Verboten und illegal. Verboten und illegal. Oh, Musik. Treibende Musik. Yeah! Das ist richtige Racing-Musik, meine Freunde. Bestens mal schön durch alle Kurven rumdriften, ne? Ich glaube, das preventet so ein bisschen das... ...Ausrasten. Das überschlagen und... Wow! Das ist wie kurz schicken. Boah, diese Scheiß-Frame-Lobsen. Das wird auch immer schlimmer, das Gefühl. Ich will wieder mit OBS aufnehmen. Äh. OBS, komm heim. Ist ja wie gesagt nur das Projektchen hier hoffentlich. Ich hatte übrigens eine neue Testweise mal Mafia probiert. Ich hab Mafia mittlerweile durch. Fing. Ich hab's am Ende nochmal ausprobiert. Einfach so, ob's mit OBS geht. Nein, geht nicht. Also, falls ich jetzt irgendwo was spielen will. Ne? Dann darf ich das wieder mit DxTory machen. Oder vielleicht geht's auch an. Vielleicht geht das im Fenstermodus. Das hab ich nicht ausprobiert, tatsächlich. Oh, ja, ey. Das war jetzt auch richtig kacke. Genau da ist so ein komischer Ruckler. Jetzt steht ihr mir hier auch im Weg so halb. So. Mein Nemesis-Checkpoint. Dankeschön. Und da ist echt das Ziel, ne? Richtig bitter einfach nur. Okay. Das lässt sich einrichten. Krieg ich hin. Yeah. Cool. Äh, ja. Jetzt, wo ich das Speichernimbo da hinten in der Ecke gesehen hab, kann man ja mal speichern. Ich wusste gar nicht, dass das hier draußen ist. Hab mich sowieso gewundert, wo das ist. Beim letzten Mal hab ich auch einfach hier reingelabert. Das ist auch nicht klug. So. Hier geht's wieder. So, Leute. Ähm. Hm. Hm. Nee. Heute nicht. Ich mach den Banküberfall jetzt nicht, weil das ist, glaub ich, schon die nächste Mission. Dann machen wir doch jetzt einfach mal die letzte Telefon-Man-Mission, oder? Bläh. Äh. Wir müssen auf die andere Insel. Jetzt, wir können natürlich jetzt wieder Taxi fahren, aber nee. Nochmal will ich euch das nicht antun und zehn Minuten lang nur das machen. Ich mag das Witz sehr gerne, oder dieses, dieses, wie nennt man das denn? Dieses Riff. Bam, bam. Bam, bam. Bam, bam. Hm, hm, hm. Bam, 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 bam. Starfish Island. Oh, Gott. Meine Bude. Eins sagen, machen wir unsere Mission da weiter. Ah, scheiße. Scheiße. Ganz komisch. Ich habe meinen Mehrfachstecker unterm Schreibtisch geschlagen. Oder getreten, eher gesagt. Ich bin ja jetzt nicht mit dem Fuß hingegangen, um ehrlich zu sein. Natürlich andere Seite. Hm. Hoffentlich wird mir die letzte Mission cool. Die letzte Anteater-Mission habe ich damals ja auch nicht gemacht, weil man dafür ja hier den Madibu-Club-Mission 2 absolvieren muss. Bam, 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 ba-dam. Und wieder, dann lässt man mal ein springendes Telefon angucken. Hier. Gefeuert. Oh, oh. Hm. Okay. Auf das Dach, wo der D abgewickelt wird. Ah, okay. Wollte gerade sagen, ich habe gar keine Waffe. Ich wollte mich schon beschweren. Maus-Sensitivität, eine Million. Ups. BSA-D-Zielen ist auch noch eine Möglichkeit. Nicht. Hallo. Oh, voll in den Kopf. Die Kiste schwebt irgendwie, glaube ich. Ich mag es, wie man aus Entfernung trotzdem hier Leute killen kann. Das macht die Sache ein bisschen einfacher. So generell. Depp, 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 depp. Depp, 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 depp. Oh. Das war gemein. Hinter mir? Ach da. Glück habe ich schon. Wir haben ihn noch angeguckt dazu. Äh, er hat mir gerade einen Arm geschossen. Das ist aber gemein. Äh. Okay, ich erlebe die lieber alle hier, oder? Buff. Habe ich den getroffen? Ja. 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 So, weg. Weg. Äh. Ich bin aber verschwunden. Maus in die Tivität, ne? Oh, das ist so ekelhaft. Zum normalen Spielverlauf kriege ich es ja irgendwie noch gebacken. Ach so, beim Ziel, ne? Boah, das ist schon hart. Ach da. Ich freu mich schon die ganze Zeit so nah irgendwie so ein Schuss. Ja, komm, soll ich mal hochgehen? Ich gehe jetzt einfach mal hoch. Was sagt die Uhr? Ja. Okay, passt. Passt. Oh man, dann machen wir nächste Woche den Banküberfall. Äh, nächste Woche. Genau, Leon. Nächste Woche. Ja, nächstes Mal den Banküberfall, wa? Ich würde mir natürlich gerne mal ein Video angucken darüber, aber un-internet ist schwierig. Na, ich habe ja Internet über Handy, ne? Aber, nee, ich habe PC. Habe ich ihr erzählt, ne? Wie gesagt, ich habe entweder beim Nachbarn gesnackt, am Handy funktioniert es problemlos. Schnell. Ich kann sogar Videos in HD gucken. Aber, am PC kommt gar nichts an. Warum auch immer. Wir haben mich jetzt eigentlich wieder runtergegangen. Ich muss das tun, ne? Komm ich denn da hoch? Wie komm ich denn da hoch? Von der anderen Seite. Ich finde es lustig, wie man irgendwie so fucking schnell ist. Dass man, äh, schon die Treppen runterfliegt. Ah, ich kann unendlich rennen. Hahaha. Ich habe die Sanitätermission geschafft. Hahaha. War auch nur ein aktiver Zweiflung. Hahaha. Ich habe einen Schrofflinder. Hahaha. Wo habe ich den her? Gewunden. Wenn ihr sieh nochmal. Wollen wir mal testen? Ja. Ich bin kein Fan der Shotgun. Bäh. Guck mal, ich kann mich sogar nochmal healen. Das ist so, so Schussgefechte im Spiel sind halt echt nicht schlimm, ne? Man hat immer irgendwie viel, kurze Fläche. Sie immer verstecken. Sie sind nicht so absolut overpowered. Okay, dann ist es nochmal heilen. Dann nehme ich den auch einfach schon mal mit. Jetzt werde ich voll über den Auf und geschossen. Pass auf. Depp, 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 depp. Wo höre ich denn hier die ganze Zeit noch ein? Ich werde mich verarschen. Ich meine, es ist mir egal. Ich muss die nicht töten, theoretisch. Puch. Das ist wie er immer wieder schön. Was? Was? Wo unten werden gerade Leute verpugelt oder so. Ja. Zeig doch. Hä? Wo ist der, Alter? Ach, da. Mein Friend. Du hast kein Bein mehr, theoretisch. Von Animation her. Ich habe von und nicht von gesagt. Hoppala. So. Darüber geht es jetzt wahrscheinlich nochmal ab. Schnappt die Ware und bringen sie zum Flughafen. Oh, nee. Noch nicht mal. Ich könnte jetzt nicht den Heli hier mitnehmen, ne? Aber lieber nicht. Ah! Ja. Ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ich will es gefechtet. Gar kein Problem, Baba. Fuck. Oh, das war so dumm, ne? Hör, wie sie rennt. boah leute ach mann so richtig auf einmal stehen sie da alle egal noch mal kriegchen fahrzeugsteuerung gefeuert ich weiß nicht so genau was mit gefeuert zu tun haben soll ich kann die skippen die cherry poppa wagen haben ein sehr interessantes logo oder der interessantes dach nennen wir es mal so werdet ihr zugeben im zeitpunkt noch sehen ist doch nervig ich hab mich dadurch dann stehen sie da aber aus fehlern lernt man in diesem fall ich krieg mich auch über unfaire platzierung von gegner sonst was war es war halt einfach mein fehler ich werde es direkt hier hoch gehen glaube ich schön alle von hier oben absnacken geht sogar durch das geländer durch das ist sehr schön das mag ich irgendwie ist der himmel ganz schön dunkel ich meine es ist nacht klar aber ja gut sogar sagen man sieht ja keine sterne baba aber in städten sieht man uns ja wirklich mitunter nicht ich meine ich komme vom dorf nein ich bin da nicht wie habe ich nicht verstanden unter mir auch oder ja frechdachs auch wenn der mich glaube ich eben getroffen hat aber es war super merkwürdig verstehe ich mich aus dem winkel treffen konnte aber gut ne soll er mal wenn es ihm glücklich macht so diese maussensitivität ne oh da krieg ich echt plack bei schön wie es ihn einfach gar nicht interessiert so ich weiß vielleicht von wo genau die jetzt noch schießen aber ist egal ist egal sagt er und stirbt wieder so dumm wie eben ja 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 ich hätte fast die hälfte der energie verloren wenn ich nicht 150 leben hätte wie habe ich das damals geschafft mit 100 leben durchzuspielen mich wahnsinnig oh diese maussensitivität ne jungs oh da ist eine rüstung sehe ich ja jetzt erst ja egal die nehme ich mir jetzt einfach das ist nämlich sehr gut wenn ich die gleich kriege weil dann könnte ich nämlich speichern und dann mit der rüstung zum banküberfall gehen das wäre voll geil hallo weil rüstung im spiel natürlich sehr geil ist ich checke nicht wo die sind ne ich würde sie gerne behalten also am besten jetzt gar keinen schuss mehr kassieren ich weiß auch nicht genau wer mich jetzt hier noch beschießt ne ich sehe halt auch einfach keinen hallöchen das war es ja nicht du oder nee du da ich reiz nicht von wo ich hier schüsse kassiere da stehe ich da oben wieder gleich und blubb aber wie mache ich denn das überhaupt das habe ich mir noch gar nicht so du arschloch du warst das die ganze zeit ich habe noch nicht überlegt wie ich das mache einfach snacken und abhauen einfach rückwärts wegrennen wieder das wäre halt auch eine machbare sache eigentlich ne aber nee ich mache lieber habe ich einen getroffen? ne wieso kann er durch die wand schießen? wieso kann er durch die wand schießen? also vor ihm ist gerade hat da jemand seinen kopf verloren so mhm nicht schlimm ähm wie er rausgesprungen ist ok heliport am flughafen oh scheiß egal 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 ich würde sagen jetzt ist natürlich nur noch die frage wie ich da hinkomme beziehungsweise es wäre natürlich geiler wenn ich da hinfliegen könnte aber ich kann mit diesem scheiß heli nicht umgehen ich habe leider keinen controller an also hm hm sorry oh na den nehme ich doch gerne ich komme ja gar nicht raus oder? ok den nehme ich mir halt den anderen ich kann mir vorstellen dass mich gleich irgendwelche Leute verfolgen ja ich muss aufpassen obwohl eigentlich die Mission war halt schon knackiger nur bin ich halt einfach zu gut für dieses Spiel deswegen hatte ich da jetzt wenig Problem mit ich meine es ist ja am Ende Fragbeer es war halt echt meine Schuld ne dass ich einfach so blind reingelaufen bin und mir dachte ach ja das war es ja bestimmt hm ärgerlich du ein bisschen länger die Folge aber macht er nichts all right gegen driften habe ich in Cars gelernt love to take me away from you ich habe ja gesagt jetzt wo ich alleine wohne kann ich einfach die Musik mit singen um mich schämen zu müssen aber vielleicht hören die Leute unter mir die unter mir wohnen zu also lieber doch nicht ich habe keine Ahnung wo ich hin muss heliport hier ist Parking eigentlich nur ne na doch hier kann ich auch lang zum Glück ist hier keine Bolente gleich am Start hier fahren sogar einfach Leute lang gut meinetwegen bei GDA4 wenn man da den Flughafen betritt oder auch bei GDA5 dann ist es sofort bei sofort 4 oder 5 Sterne ich weiß gar nicht genau GDA5 hat ja auch nur 5 Sterne 5 Sterne Hotel oh in einem versteckten Päckchen Mission erfüllt 16.000 cool jo Leute dann würde ich sagen das wars ähm ja Leute Metal Leute oh Flugzeug fliegen kann man übrigens nicht glaube ich oder können wir wohl ausprobieren aber ich glaube nicht oder ne 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 das ist voll klein das Flugzeug Privatjet gut Leute ich würde sagen ich gehe jetzt offscreen oder fahre jetzt offscreen wieder zum Malibu Club gehe da speichern ähm mit meiner zumindest 93er Rüstung das dürfte eigentlich reichen und dann gehts nächste Folgelos mit dem Banküberfall ich bin gespannt also vielen dank fürs zusehen und bis zum nächsten Mal tschűn decir És Oh